Einen wunderschönen guten Morgen liebe Freunde der Sonne, herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team in Paxes. Wir spielen jetzt glaube ich mit der, genau, Calcio A Mannschaft, wo ich der Meinung bin, dass Mertens nicht zu meinem Spielstil passt, aber ich werde ihm schon auch das eine, also ich gebe ihm mindestens 5 Spiele Zeit, mein Plan war eigentlich 10 Spiele, wenn ich natürlich vorher merke, dass es wirklich gar nicht funktioniert, dann würde ich ihm halt keine 10 Spiele geben, 5 bekommt aber mindestens und dann schauen wir mal weiter. Das Problem ist halt bei ihm denke ich nicht unbedingt der Abschluss, sondern wirklich der Körper, das passt einfach nicht zu mir, einfach nur einen schnellen, dribbelstarken Spieler zu haben, weil er braucht ja eigentlich Platz und Raum, um seine Stärke auszuspielen und ich bin da dann eher schon im, ja ich werde nicht unbedingt sagen im körperbetonten Spiel, aber schon eher in die Richtung gehend. Und auch wenn die Karte jetzt nicht den krassesten Körper hat, ist er halt einfach ein bisschen kompakter. So, jetzt konzentrieren wir uns aber und ja versuchen mit Mertens natürlich trotzdem mega geil zu spielen und Tuche zu schießen. So, Stellungsfehler vom Kollege. Hat er Glück, dass Mertens leider nicht zum Schuss kommen. Oh, genau das wollte ich mit Gedira verhindern. Wie kann denn das bitte kein Abseits gewesen sein? Was hatten da meine Verteidigung gemacht? Schade, dass es dann auch noch das Lackertor gab, aber, also den Abpraller, aber eigentlich war er dann sowieso alleine vom Tor. Er hätte eigentlich mit dem ersten Schuss das Ding reinmachen müssen. Ich frage mich aber wie gesagt, warum zur Hölle? Da wollte ich nicht hinpassen. Warum zur Hölle war das kein Abseits? Da hat irgendein Verteidiger gepennt. Hat auch Felipe Andersson. Und Info im Torera. Aber er hatte nicht mehr... Oh, schlechte Ballannahme. Schade. Ach, Mann. Ich bekomme natürlich leider nicht den Abpraller. Schön gemacht mit Gulam. Schwacher Pass von Gulam, sag ich schon, von El Farabi. Ich wollte eigentlich einen Tick nach links dribbeln, dann wäre ich, denke ich, durch gewesen. Das hat irgendwie nicht funktioniert. Nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Das hat er eigentlich gut gespielt. Zum Glück gibt es da nicht das 2-0. Wollte ich nicht hinpassen, aber es hat zum Glück geklappt. Okay. Da wäre ich jetzt immer gespannt drauf gewesen, ob der reingegangen wäre. Wir waren dran, aber es hat nicht gereicht. Das hat er gut gemacht und ich schlecht. Falsche Lukaku. Böses Foul gegen Mertens. Ich dachte, El Farabi geht nach links und nicht nach rechts und wollte halt ihn nochmal kurz einspielen und dann den Lauf schicken. Aber er geht halt leider genau in die andere, in die falsche Richtung. Also er orientiert sich komplett falsch und das verstehe ich nicht, wie sich da Kedira nicht durchsetzen kann. Er ist doch nicht schneller, weil er sollte eigentlich einen kräftigeren Körper haben. Toll gemacht, Liechtensteiner. Tunnel oder war ich noch dran? Ne. Ich habe es gar nicht. Ich war halt auch scheiße ausgerichtet. Fällt mir gerade nicht, wie ich spiele. Den kann er nochmal rüber geben, Philippe Andersson komplett frei. Jetzt konzentrieren wir uns mal und spielen nicht so hastig, sondern in überlegten, ruhigen Angriff. Schade. Doppelt schade. Eine Grätsche. Oh Mann, muss denn der Pass wieder zu kurz kommen. Ich glaube, ich wäre dann auch in der zweiten Halbzeit auf 4-1-2-1 zu wechseln. Fuck you, Mann. Also Mertens dribbelt halt geil, aber sobald irgendjemand in der Nähe ist, ist der Ball weg, weil er einfach sich körperlich überhaupt nicht durchsetzt. Boah, ist das zum Kotzen. Die Schusszeugung war schön, aber der Rest dann wieder kacke. Ich glaube, ich wäre ihm echt nur, wenn er sich es weiter so spielen lässt, nur 5 Spiele Zeit geben. Und ich glaube, er funktioniert auch als ZDN nicht, aber wenn ich ihm nur 5 Spiele als Stürmer Zeit gebe, dann werde ich ihm wahrscheinlich auch nochmal 5 Spiele als ZDN Zeit geben. So, Mertens, Escher, Ravi, Brozovic. Ich will auf Ghedira, ich will auf Ghedira, danke. Komm, es ist nur ein Tor. Wir haben definitiv noch die Chance hier, das zu drehen. Konzentrieren, nicht aufregen. Ruhig bleiben. Genau das wollte ich abdecken. Also es könnte auf jeden Fall schon auch 2-0 für den Gegner stehen, das steht fest. Schade, aber immer in die Ecke. Ich hoffe, wir waren nicht zuletzt dran. Schade. Oh, Philippe Andersson. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Deswegen habe ich den in den Sturm gestellt. Aber wie gesagt, er hat auch einen genialen Distanzschuss. Ich weiß nicht, ob das noch als Distanzschuss zählt. Aber egal, ein Train ist drin. Jetzt gehen wir auf Defensiv und drehen das Spiel. Oder er geht halt wieder in Führung, weil er, keine Ahnung, einen guten Schuss hat. Schade, dass wir da nicht noch den Fuß dazwischen gekommen sind. Ich habe mich mit Koulibaly genau richtig antizipiert, renne dann schon hin, aber er schießt halt einfach und war dann auch schon zu nah dran. Egal. Gut, danke für die Grätsche. Ich glaube, wir hätte es normal schießen sollen. Generell halt diesen Flachschuss einfach total verzogen. Schade. Da wollte ich nicht hinpassen, das denke ich klar. Auch wieder komplett aus der Drehung der Pass. Ich weiß nicht, worum der ankommt. Ach, Mann, ich habe Prozowitsch nicht mehr gehabt. Habt ihr das gesehen? Wie er einfach auf den falschen Spieler wechselt und Prozowitsch ein Zentimeter da wegstand. Toll. Egal, egal, wir haben Chancen. Come on. Ruhig bleiben. Ich bin schon wieder viel zu aufgeregt. Aber es heißt aufgeregt, viel zu... Unruhig. Du musst. Oh, ich bin so dumm, ey. Fuck. Ey, Donnarumma, den kannst du echt festhalten. Für die beiden hat zwar das Tor gemacht, aber trotzdem ist es, denke ich, schlau mit Alessandrini weiter zu spielen. Hätte er auch einfach da drüber nehmen können. Oh, zum Glück. Oh, zum Glück. Hallo. 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 Oh, fuck. Oh, fuck. Doppelt. Doppelt, aber egal, wir machen Druck. Come on. Das 2-2 ist drin. Oh, schlechte Flanke. Da klickt, dass es kein Foul war. Alessandrini eingewechselt, das Ding reingemacht, schön rausgespielt. So, und jetzt machen wir noch das dritte. Und drehen jetzt wirklich das Spiel und fressen nicht schon wieder eins. Krass, dass er den ins Kurzzeit macht, ich wollte ihn eigentlich lange schießen. Ei, 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 wo spielt denn der denn hin? Aus der Drehung, perfekte Pass, krass. War auch eigentlich ein Elfmeter, ne? War eigentlich ein Elfmeter, aber ist egal. 3-2, Spiel gedreht in der 84. Jetzt gehen wir auf Zeit und hoffentlich gewinnen wir das. Das wäre natürlich krass. Aber war auch gut gespielt mit Goulam. Das ist dann ein bisschen hektisch geworden in der Verteidigung. Deswegen konnten wir ihn recht einfach austrippeln. Und er macht ihn dann flach ins lange Eck rein. Sehr schön. Aber schade, dass man sich nochmal sieht, dass es eigentlich ein Elfmeter war, weil der andere Spieler, der da stand, ich weiß nicht wer es war, es könnte Alessandrini gewesen sein, der wurde nämlich gefoult. So, jetzt auch hier mal ganz ruhig. So, jetzt auch hier mal ganz ruhig. Scheiße! 3 Minuten. Mertens Abstauber! Okay, wenn sich Mertens darüber seine Score-Punkte holen will, soll was machen. Und wir haben 4 Tore geschossen. Ich habe noch eine Vorlage gehabt, die ich nicht mitbekommen habe. Das war eigentlich schon ein schöner Stück von Prozovic. Und dann machen wir hier noch den Deckel quasi mit dem 4-2. Mit Mertens, sehr gut. Dann am Ende auch noch von Schiri behindert wurden, auch nicht schlecht. So, jetzt schauen wir mal, ob Mertens noch irgendwie einen Score-Punkt sich erklaut hat über eine Vorlage, die ich mitbekommen habe. Eine Sandrini, bester Mann, ist erst eingewechselt, aber egal. Tore anders an Gulam, Alessandrini, Mertens. Vorlagen... Ach, Alessandrini hat noch eine Vorlage, deswegen. Gulam, El-Kharabi, Mertens wieder nur ein Score-Punkt. Ja, hm, 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 hm. Das ist schade, weil Mertens sich so kacke verteidigen lässt, aber das sind halt immer Spieler, die dann, oder Gegner, die dann meistens in 4-3-3 spielen mit, 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 äh, na, mit Konterspiel. Wo dann einfach Platz da ist für Mertens, und das passt halt einfach nicht zu meinem Spiel. Aber er hat jetzt 3 Tore in 4 Spielen gemacht, noch keine Vorlage. Äh, wenn er jetzt zum Beispiel im fünften Spiel noch ein Tor macht, oder einen Score-Punkt. Ich meine, selbst wenn er keinen macht, er hat jetzt schon 3 Tore gemacht. Ah, ich tue mich echt schwer, ihm da, äh, schon nach 5 Spielen rauszuhauen, weil er einfach so geil, also, was heißt so geil, weil er einfach so schwer zu verteidigen ist, wenn der Gegner ihn spielt. So, Gulam, bester Mann. Es gibt jetzt, glaube ich, sogar schon 2, mindestens 2 andere, in Form, Außenverteidiger in der Calcio A, aber Gulam ist einfach der kompletteste von den Werten her. Die anderen sind auch einfach teilweise zu langsam, da habe ich keinen Bock drauf. Deswegen gebe ich ihm auch einen großen. Wir haben jetzt noch 6 Stück danach, okay, aber wir haben jetzt noch Haufen kleine Kackverträge, vor allem Haufen Bronzeverträge, die wir dann reinpumpen können. Achja, und ich wollte mir mal, mal gucken, wenn ich nach der Folge dran denke, dann hole ich mir mal noch mehr, äh, Manager. Aber erstmal ganz in Ruhe jetzt, äh, mit Werner und dem restlichen Bundesliga-Team versuchen dieses Spiel gewinnen. Das gerade war ja schön, wir waren zweimal am Rückstand, schaffen es dann trotzdem noch in der regulären Spielzeit zu gewinnen und 4 Tuche zu schießen. Ich denke dann auch gerade das zweite und das dritte war sehr schön rausgespielt, das vierte ist dann vor allem zustande gekommen, weil der Gegner natürlich super aggressiv verteidigt hat und nicht so lange rumgespielt hat. Oh, das ist ein sehr schnelles, ekliges Spiel, äh, Team. Vor allem im Sturm wieder mit Dembélé, äh, Mbappé und Konzerten. So, jetzt aber konzentrieren, wir haben einen schnellen Werner. Ich glaube, ich habe noch kein einziges klassisches Pace-Storm mit ihm geschossen, noch kein einziges. Wir haben ihn jetzt schon so lange, aber es zeigt dann einfach, wie selten oder wie wenig ich auf Konter spiele. Ich habe jetzt vielleicht... Im kompletten FIFA 18 habe ich jetzt vielleicht 3, 4, ich würde sagen maximal 5 Konter-Tore gespielt. Oder geschossen, besser gesagt. Mehr nicht. Und deshalb wohl man so viele Tore schießt in FIFA 18. Achja, Origi ist ja auch noch so ein Fragefall, ne. Tendiere ich halt auch dazu. Ja, das war ein sehr merkwürdiger Laufpass, der scheiße war. Tendiert halt auch noch dazu, ihn wieder gegen Scream Pulisic auszuwechseln. Grammaric habe ich ja mittlerweile verkauft und Pulisic war ja auch in den ersten Spielen besser als Grammaric. Hat sich im Endeffekt auch besser angefühlt. Oh, Kimmich ist so geil, er ist krass. Definitiv der beste Außenverteidiger, den ich bis jetzt gespielt habe in FIFA 18. Ah, ist schon recht aggressiv in seinem Verteidigungsverhalten. Ah, ich wollte ihn zurücklegen. Aber das hat leider nicht funktioniert. Gut gespielt, gut rausgespielt. Ich denke, das kann ich auch nicht wirklich besser verteidigen. Es hat einfach sehr gut rausgespielt. Muss man anerkennen. Kann ich nichts machen. Ich hab's probiert, aber war einfach sehr gut rausgespielt. Schade. Ja, er foult mich, danke. So, Modric da. Ist relativ langsam. Macht er auch wieder gut. Jetzt kriegen wir einen hässlichen Kontra, ob man mal, dass er da keinen Tod draus macht. Sehr schön von Süle und leider die Ecke. Ah, Ben noch viel zu langsam. Das ist halt ganz geil bei Origi, der hat halt echt einen guten Körper. Man kann sich manchmal durchsetzen in Situationen, wo andere Flügelspieler einfach den Ball verlieren würden. Verteidigt es mit seiner aggressiven Verteidigungsweise eigentlich ganz gut bisher. Also, noch wenig Stellungsfehler, die meistens durch so eine aggressive Spielweise entstehen. Machen wir mal ein bisschen Glück. Weiter. Oh! So ein verschissenes Tor! Ich bekomme die ganze Zeit nicht den Spieler, den ich brauche. Der kann nur aus diesem Grundrat langrennen, weil ich bekomme vorher Süle nicht, ich bekomme dann Kimmich nicht. So ein scheiß Lackertor, ey. Dafür kann aber der Gegner nichts. Der Gegner weiß ja nicht, dass ich den Spieler nicht bekomme, den ich brauche. Und der deswegen nur durchrennen kann, weil sonst hätte ich ihn hundertmal täckeln können. Vielleicht schießt er trotzdem mit dem Tor, klar. Aber ich bekomme einfach nicht den Spieler, den ich brauche. Das war richtig scheiße gerade. Mann, Mann, Mann. Also, so schlimm war es ja echt fast noch nie. Also, ich kann mich vor allem nicht mit einem Gegentor daran, dass ich da echt stundenlang den Spieler nicht bekomme. Erst Süle, der die ganze Zeit am Gegner dran ist, dann Kimmich. Oh mein Gott, ey. Das war bitter. Aber egal, 4-1-2-1-2. Wir drehen das Spiel, wie gerade eben schon. Auch wenn es jetzt schon zwei Tore sind, die wir aufholen müssen. Ist ja nicht das erste Mal, dass wir das schaffen. Mann, Mann, Mann. Was für ein Kack wieder. Ich raff das einfach nicht mit diesem Spielerwechsel manchmal. Das ist so scheiße und es sagen halt so viele. Eigentlich hat es jeder. Das kennt jeder, dieses Problem. Ich mach erst mal ausgeglichen. Oh, das hat er gut verteidigt. Oh, das hat er gut verteidigt. Keine Ahnung, warum ich das gemacht habe. Mir war gerade danach. Schade, da war ich ein ganz guter Schuss. Oh, fuck. Vielleicht hätte ich schon schießen sollen. Ja, aber es gefällt mir schon besser, bis es jetzt läuft. Ja, läuft jetzt deutlich besser, der Formation. Aber es gab auch für mich jetzt keinen Grund, eher schon auf dieses 4.1.2.1 zu gehen. Ich habe ja gesagt, ich will eigentlich bei einem, sobald es 2.0 steht, will eigentlich immer aufs 4.1.2.1 zu gehen. Aber es gab meiner Meinung nach einfach keinen Grund, jetzt vor dem 2.0 schon zu wechseln. Schöner Seitenwechsel machen die wenigsten. Über die Flanke sind Seitenwechsel. Auch da wieder Der Spieler, den ich steuern will Der stürzt halt quasi Wahrscheinlich wieder nicht sehen Egal, gehen wir auf offensiv Ich glaube nicht, dass ich gegen ihn Drei Tore Rückstand aufhole Gegner spielt gut, ist gut in der Verteidigung Ist gut in der Offensive Für den Abschnitt verdient Vielleicht ist das 3-0 ein bisschen zu hoch Ich denke 2-0 ist verdient, auf jeden Fall Eine 2-0 Führung Aber Schade Aber ich denke 3-0 ist zu hoch, aber das ist kein großer Unterschied Jeder hat den Abschnitt verdient und ich glaube auch nicht, dass ich es schaffe Gegen ihn 3-0 aufzuholen, dafür müsste ich schon mega Viel Glück haben und es geht eigentlich schon damit los Dass man Hier nicht dieses Scheiße baut und dass man Foul, sehr schön Und dass man halt zum Beispiel über eine Ecke einfach mal ein schönes Lackertor schießt Schmelzer, Süle steht genau dran Könnte quasi in den Kopfball gehen Ich bekomme aber Schmelzer und Schmelzer rennt auch schon wie ein Graboto da hin Also das ist scheiße Bin geblockt mit Schmelzer Schwacher Pass sollte auch nicht so kommen Logischerweise Ich denke ich gehe mal auf Sehr offensiv, entweder fressen wir noch eins Oder wir haben mehr Einsprichstation Das lief ja wie gesagt nach dem 2-0 und der Umstellung auf die Formation auch gar nicht so schlecht Vor der Pause Gut anzipiert Tunnels verglücklich Hä, ich wollte gerade gar nicht grätschen mit Kimmich Was war das denn? Ich bin niemals mit meinem Finger auf die Grätschentasse gekommen Vielleicht war es eine CPU-Grätsche Ich weiß es nicht Aber eigentlich habe ich ihn ja gesteuert Da gibt es ja eigentlich keine CPU-Grätsche Jetzt ist es 3-0 auf jeden Fall verdient Wahrscheinlich lief es auch am Anfang nur so gut mit der neuen Formation Weil er sich erstmal an die Formation gewöhnen musste Weil jetzt ist es nicht mehr wirklich gut Keine einzige Torscheine rausgespielt in der zweiten Hälfte Glaube ich, oder? Ach doch, Reprie hat jetzt glaube ich den Schuss Hat er auch wieder gut gelöst Also wenn wir jetzt noch einen 3-0 drehen, brauchen wir jetzt einfach das Lager-Ton nach der Ecke Es ist einfach so Okay Okay Und toll, wie so macht es Und er geht auch direkt in die Pause Ja, komm, wechseln wir halt auch mal Zwei Tore, rein von der Zeit Sind jetzt auf jeden Fall noch drin Und toll, wie so, obwohl er glaube ich 1,81 ist Macht er hier schon wieder ein Kopfballtor Weil er halt einfach einen mega Sprungrad und eine gute Kopfballgenauigkeit hat Ja, wenn das vorhin gefallen wäre, dieser 3-1 Treffer, dann hätten wir ein bisschen mehr Zeit Also ich glaube trotzdem nicht dran, dass wir jetzt noch zwei Tore schießen Aber ihr wisst ja, wie viel für 18 ist Durch Lager-Tore geht dann immer noch viel Schauen wir mal Gegner scheint sich Zeit zu nehmen Ich hatte auch gehofft, dass er sich das Spiel abbrecht, wenn er jetzt so lange Pause macht Geht er jetzt schon auf Zeit oder was? So ein scheiß Pace-Hurtor Auch total glücklich Ich war eigentlich vorher wieder den Ball bekommen müssen Es ist nicht unverdient, dass er 4-1 führt, aber Trotzdem ein glückliches Tor Und wie gesagt, pure Pace-Hurtor Weil Ginter eigentlich besser steht Und naja, egal Ist immer scheiße zu verlieren, auch wenn es verdient ist Ich glaube, totaler Angriff mache ich nicht Ich habe keinen Bock, jetzt noch 5 Tore zu fressen Macht er gut Aber kann natürlich nur zustande, weil ich auch sehr offensiv bin Oder totaler Angriff Ich wollte halt nicht durchsprinten Auch nice luck War da mal wieder zu träge oder zu wenig Ausdauer Das war doch kein V Oh mein Gott Ich kann ja nicht wirklich weit abschlagen Och das Na egal, ist egal Tja, hier hat diese Formationsumstellung nicht wirklich was gebracht Der Gegner hat sich gut angepasst Egal, bis zum nächsten Mal Euer Praxis